Azubi Backpro in drei Worten sind die Interkulturalität, die Kompetenzen in Allemann und die neue Erfahrungen. Das Azubi Backpro ist ein Programm für Auszubildende, bei dem man verschiedene Projekte macht mit Schulen aus Straßburg zum Beispiel. Ich hatte die Möglichkeit eine Woche lang dort eine Schule zu besuchen in Paris und eine Woche lang dort zu arbeiten. Ich war dann in einer Klasse drin und durfte einen ganz normalen Unterrichtsalltag mit denen zusammen erleben. Und in der zweiten Woche war ich dann in einem Fachhandel für Friseure. Da durfte ich dort die Regale einräumen, mit den Kunden bedienen und alles drum und dran machen. Das war auch sehr schön. Mesdames, Messieurs, bonjour. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich integrierte die Formation Azubi Backpro in September 2018 in Sekunde Pro Cuisine. Das hat mir sehr viel gebracht. Eine professionelle Erfahrung in der anderen Seite. Eine kulturelle Erfahrung. Eine linguistische Erfahrung sehr riche Erfahrung. Ich würde auch sagen, die Maturität. Eine große Motivation für den Schüler, einem Projekt wie diesem teilzunehmen, ist auf jeden Fall… Es öffnet einem wahnsinnig viele Türen im beruflichen Sinne und man wächst selbst daran. Es ist so ein kleiner Beweis an sich selbst, ich kann da sitzen. Man kann ein sehr guter Niveau auf Deutsch und wieder auf einen guten Niveau zurückkommen. Außerdem gibt es ja auch eine zusätzliche Qualifikation, nämlich das Azubi Backpro Zertifikat, das bei einer Bewerbung immer auch noch ein plus sein kann. Das ist eine sehr gute Erfahrung. Es ist sehr enrichig. Es gibt nur noch einen Vorteil. Es gibt nur noch einen Vorteil. Bis zum nächsten Mal.